Servus Leute, wir machen heute noch mal ein Funny Video, bevor es noch lauter geht. Der Vlog kommt auch später, machen wir auch noch eine heute, zum Paterporn spielen natürlich. Aber alles zu späterer Stunde, jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen Verschiekscheiß. Es sieht alles so komisch aus. Ein kranker Wagen kommt. Wo ist er denn? Er zeigt sich nicht. Ah, da ist er. Gut. So, der alte Kreisel. Yes. Ach, da ist er ja wieder, mein Schäferchen. Wunderbar. Erstmal Auto holen. Ja, ja. Ich bin da drin. Wie ist das denn? Das ist das, was ich da? Wie ist das? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? So. Wie ist das denn? Ich bin da mal einiger. Das ist eine Erraschung. Mein Lieblingsgemäße ist heute auch nicht da. Zu geil, oder? Kann man mal machen. Legende. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ganz noch Mittag am Start. So, ist er wieder. Mit dieser Mann. Oh ja. Da ist er wieder. Mein Bester, Mann. Akkurat, Alter. Das ist ein Bild. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Junge, Junge. Gibt es schon noch Autogramm? Ist alles gut gegangen? Wahnsinn. Wahnsinn, was heute los ist, oder? Mein lieber Scholl, du hast aber ganz über das Auto. Geht halt richtig ab, oder? Aha, da waren schon die Chips geklaut, halt oben. So, Jungs. Für mich war es das jetzt. Ja, genug Ethiker, Spaß gehabt. Mein Möhre sagt, habe ich. Vitaminreich. Ab geht es halt oben auf die Bette. Bis wieder. Ich bin strang. Bis später. Bis später im Vlog. Wir sehen uns später im vlog.